Hallihallo zusammen, hier ist wieder Cray4U und wir spielen Mages of Australia. Oh man, so schnell wird man hier angegriffen, direkt in der Anmoderation, das ist nicht nett. Wir sind auf dem Weg. Ist der eigentlich der Baum? Ist der eigentlich langsamer? Oh, hier waren wir beim letzten mal aber nicht, oder? Ich wollte schon sagen, ist der Baum langsam irgendwie verbrannt hier. Okay, nicht nett, nicht nett, was ihr hier macht. So. Basta. Nischtes hier. zeit erhöht den zeitparameter des zugehörigen verhaltens das ist cool kann man nämlich mal sowas machen wie ich denke mal also ich hoffe mal dass wir ein zauberball länger aktiviert halten können auf so einem ziel aus dem protest die dann immer irgendwas freischalten aber jetzt was macht das mensch wo sind wir hierhin erwarten da waren wir noch die ich will das gerne erkunden hier kommen wir nicht rein ich muss das vielleicht an es ist natürlich auch nicht sehr schlau hier im wald mit feuerbällen rumzuspucken auch noch mehr ok das brauche ich auch in endlich mana hier ok ja das habe ich gerade eben erzählt wir können endlich zeit bla bla und so weiter und was mache ich natürlich das ding nicht aktivieren so warum funktioniert es nicht leute echt jetzt ich habe es beim ego drauf gemacht ok dann bleiben die dinger jetzt länger stehen das ist wunderbar aber ich wollte natürlich dass hier drauf machen hier drauf machen so so ok ich habe es doch jetzt auf dem richtigen sauber spruch der ist aktiviert zeit auch irgendwie will das nicht länger gehen ich habe zu wenig mana ich habe aber keine lustiger so lange rumzuspielen an dem ding dahin ich habe mir Zeit ich werde dir nicht mehr mit dem okay ich kann euch mal ich werde dir nicht mehr mit dem ich will wie das ist alles klar wird das wird was ich alles klar hoffentlich klappt es nochmal ne natürlich nicht mann okay einmal versuche ich noch und dann gehen wir weiter was ist denn jetzt hier ich habe doch schon die mana edelstein genommen okay das ist mir jetzt zu hohe irgendwie nicht zu doof dazu irgendwie geht man extrem schnell ja so also wir können nicht alles in ein zauberspruch packen das ist zu viel ich nehme jetzt einfach mal zeit hier raus und ich nehme auch mal das hier raus ja aber noch brauchen wir jetzt eigentlich ja nicht wirklich ich sehe schon deswegen dauert es auch so lange noch ein rätsel ich dachte wir sind eigentlich schon durch eis schild ok pass mal auf jetzt hier ich dachte wir können das jetzt hier benutzen um das weiter zu schicken kann ich die nicht drehen oder ich kann es hier hoch lenken irgendwie ich habe nichts eisiges na gut lassen wir uns erstmal stehen ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich wollte eigentlich noch bis nach kreativ kommen um dem zu helfen aber so wie es aussieht werden wir das wohl nicht so schnell schaffen wir haben ja noch zu tun irgendwie ist hier ganz viel unterwegs noch zu tun kreativ muss erstmal warten alte minen oh das ist ja niedlich ich kann da runter gucken oh das schaffe ich bestimmt nicht also es würde diese eisschild sache ich sehe doch schon ok 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 jetzt haben wir den jetzt haben wir den salat ne jetzt haben wir den extra ok der teuer hat noch ein abhaller heide uhз die troffen wird genau troffen seht ihr es das ist ja fies soll ich noch tun ja da weiß ich auch nicht weiter heute ist der tag der nicht gelösten rätsel ja glaube ich das ist nicht cool gar nicht cool aber eigentlich haben wir ja auch ein ganz ganz wichtig und dringenden schnellen auftrag nämlich creative zu retten ich fühle mich schon ein bisschen schlecht muss ich ehrlich sagen dass ich so rumtrödler ja wohl endlich das ist die perfekte abkürzung gleich springt der typ doch wieder aus seinem busch ja komm ich hab dich doch wackeln sehen mit einem schmetterlinge wo es ist jetzt man ich muss die andere richtung klar entschuldigt naja was man nicht im kopf hat hat man den füßen müssen ein bisschen weiter was denn das echt jetzt jetzt schlechter was ich will euch nicht umhauen oh man echt jetzt na toll jetzt muss ich auch noch die ganzen typen hier oben hauen dankeschön dankeschön oh hier ist das rätsel vom anfang ich bin ja drauf und dran das jetzt zu machen auch kredi ich muss noch warten ich glaube die denken wir haben tourette oder so nicht tourette entschuldigung ist das adas oder so was wir lassen uns so schnell ablenken jawohl überladung erlaubt es den zauberspruch hinzuhalten dabei mehr mana zu verbrauchen und den spruch aufzuladen ein vollständig aufgeladet zauberspruch richtet viel mehr schaden an okay viel mehr hat sich natürlich ziemlich cool an aber da mensch ich war ein kleiner hoppla da hinten wenn wir die herzen haben und nicht dich ok dann holen wir uns mal unser dorf zurück nein ich sehe es schon was ist passiert vom schloss sind wachen gekommen und haben dies angerichtet was magier aufspürer hofrat klobis führt sie an da sind noch welche am leben wieso haben die die einfach spinnen eigentlich würde ich euch an richtig umhauen dafür ok also hier ist ja wahrscheinlich irgendwie den markier am werk das war das war doch ein magier jetzt hat es mich getroffen ok als hier jetzt richtig los krat interessant interessant jetzt werden die kämpfe richtig anspruchsvollen jetzt werfen die hier mit irgendwelchen netzen um mich einzufangen und so weiter und so fort das ist richtig cool aber was hier abläuft ist nicht so cool irgendwie ich hoffe ja nicht dass die hier irgendwie in gefahr sind okay ich rette euch ich rette euch das garantiert irgendwie ein magier am werk ne aufheben ich habe deine tochter nicht gesehen ich habe deine tochter nicht gesehen ich habe deine tochter nicht gesehen aber das ist natürlich relativ wenig suchen nach die anderen oh man das wird eine lange folge und wir sind eigentlich jetzt schon am ende der folge aber ja ich glaube wir hatten das dann einfach direkt ich habe das 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 ich habe das